Musik Herzlich Willkommen bei Marios Musikmesse TV Plexstar bringt die ID.Core Serie auf die Bühne und hat dazu zwei neue Modelle am Start den ID.Core 100 und diesen hier den ID.Core 150 Beide Modelle sind bestückt mit zwei 10 Zoll Custom Made Speakers, die extra für diese Serie entwickelt wurden Wie ihre Vorgänger besitzen beide Modelle das Super Wide Stereo, was man aber auch abschalten kann, wenn man es auf der Bühne nicht benötigt Die Effektsektion wurde um einen Octaver erweitert und als besonderes Feature wurde beiden Modellen ein Looper spendiert Der Amp ist sehr übersichtlich aufgebaut, links befindet sich der Instrumenteneingang Danach folgt der Regler, mit dem man das Preamp Voicing von Ultra Clean bis Absoluten High Gen einstellen kann Es gibt sechs Grundsounds, diese werde ich jetzt mal anspielen, mit der Klangregelung bin ich auf 12 Uhr Bei Effekt habe ich etwas Hall dazu gegeben Aufmerksamkeit Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Direkt daneben ist der Gain- und Volume-Regler platziert. Den Gain-Regler hatte ich gerade schon im Einsatz. Er bestimmt den Grad der Verzerrung mit dem Volumen-Regler, bestimmt man die Lautstärke. Für die Klangformung sind die Regler Bass mit dem Höhen verantwortlich und der ISF-Regler. Eine von Blackstar patentierte Schaltung Infinite Shape Feature. Mit ihm kann man von einem amerikanischen zu einem britischen Sound überblenden. Auf der rechten Seite befindet sich die Effektsektion. Hier kann man den gewählten Sound mit drei von insgesamt nun 13 inklusive Octaver Effekten kombinieren. Modulation hält Phaser, Chorus Flanger, Octaver und Dremolo bereit. Bei Delay kann man auswählen aus Linear, Analog, Tape und Multi. Die Halbprogramme Room, Hall, Spring und Plate kann man bei Reverb auswählen. Für die Auswahl des Effektes steht der Typ-Regler zur Verfügung. Er bestimmt auch die Intensität. Für das Mischungsverhältnis zwischen Effekt und Original ist der Level-Regler verantwortlich. Mit dem Tab-Taster kann man das Timing einiger Effekte bestimmen. Ganz rechts außen befindet sich der Master-Volume-Regler. Er bestimmt die Gesamtlautstärke. Für die What-You-See-What-You-Get-Funktion gibt es einen Taster manual. Dieser ist sehr wichtig, denn man kann die Sounds auch per Patch-Up speichern oder den M per Insider-Software programmieren. Drückt man diesen Taster manuell, dann erhält man den Sound, der am Bedienfeld eingestellt ist. Man kann insgesamt 36 Patches auf 12 Bänken abspeichern. Die ersten drei Bänke kann man am Bedienfeld des Verstärkers abrufen. Was darüber hinaus geht, kann man perfekt mit dem optional erhältlichen 5-fach Fußschalter FS12 erledigen. Über den USB-Anschluss kann man den Plexstar ID-Core 150 mit dem PC verbinden und mithilfe der Plexstar Insider-Software, die man kostenlos im Internet runterladen kann, noch mehr Features nutzen. Darüber hinaus kann man den Amp über den USB-Anschluss als Audio-Interface nutzen und seine Sounds direkt am PC in einer DAW aufnehmen. Außerdem dient der USB-Anschluss für Firmware-Updates. Auf der Rückseite hat der Amp ein Effektsloop mit Send und Return, Left und Right. Hier kann man externe Effekte anschließen, ein Klinkeanschluss für den Fußschalter, ein Mini-Klinkeanschluss zum Anschließen von externen Audioquellen, danach folgt ein Klinkeanschluss, hier kann man ein emuliertes Gitarrensignal abgreifen, der Netzanschluss und der Ein- und Ausschalter. Ganz neu, wie schon erwähnt, in der Effektsektion der Octaver. Den will ich ganz kurz zeigen. Ein- und Ausschalter. Außerdem neu an Bord des Blackstar ID-Core 150 die Looper-Funktion. Musik 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 Man kann den Blackstar ID-Core 150 auf der Bühne, im Proberaum und natürlich auch im Studio perfekt zum Einsatz bringen. Mit seinen sechs Grundsounds deckt er eine sehr breite Soundpalette ab. Man kann die Sounds kombinieren mit verschiedenen Effekten. Das wiederum lässt unzählige Variationen zu, die in der Praxis sehr gut zu gebrauchen sind. Der Amp ist in der Gewichts- und Preisklasse ziemlich weit unten angesiedelt. Das schont den Rücken und den Geldbeutel. Das war es für mich zum Blackstar ID-Core 51. Mir hat es Spaß gemacht. Tschüss Euer Mario. Musik 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 Musik